Strebt immer die günstigste Lage an. Wir werden dann immer daran erinnert, mit welcher Selbstverständlichkeit ihr euren Glauben in die Tat umsetzt, mit welcher Liebe ihr für andere sorgt und mit welcher Hoffnung und Geduld ihr auf das Wiederkommen unseres Herrn Jesus Christus wartet. 1. Thessalonicher 1, Vers 3 Durch die Belehrungen, die uns im Alten und Neuen Testament gegeben werden, möchte Gott uns verständlich machen, dass wir uns und unsere Angehörigen nicht in vertrauliche Gemeinschaft mit Menschen bringen sollen, die in Gedanken, Worten und Taten verdorben sind. Wenn Mitarbeiter mit wenig Erfahrung in enge Beziehungen zu dieser Menschengruppe gestellt werden, besteht die Gefahr, dass sie sich diesen Leuten durch ständige Beobachtung anpassen und ihren Maßstab für Heiligkeit und Wahrheit absenken. Sie stehen in der Gefahr, dass ihnen die Verdorbenheit nicht mehr so abscheulich vorkommt, obwohl sie sie doch verändern wollen und sie die Wahrheit mit dem vermischen, was gemein und niedrig ist. Der Unterschied zwischen einem guten und einem bösen Menschen ist nicht immer auf eine natürliche Neigung zum Guten zurückzuführen. Wahre Güte ist das Ergebnis der Umwandlung der menschlichen Natur durch Gottes Macht. Durch das Vertrauen auf Christus können gefallene Menschen, die er freigekauft hat, jenen Glauben erhalten, der durch die Liebe tätig ist und die Seele von aller Befleckung reinigt. Dann erscheinen Christus-ähnliche Eigenschaften, denn durch das Aufsehen auf Christus werden wir in sein Bild verwandelt werden. Wenn Menschen durch Umstände, die sie nicht beeinflussen können, gezwungen sind, sich dort aufzuhalten, wo sie von offener und ausgesprochener Bosheit umgeben sind, dann sollten sie daran denken, dass Gott und die Engel bei ihnen sind. Ihre einzige Sicherheit besteht darin, zu Jesus aufzublicken, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Ihre Eltern und Geschwister mögen auf der Seite des Feindes stehen, doch sie haben die Gewissheit, vom Herrn beschützt zu werden. Es mag ihr Leben kosten, dass sie für die Wahrheit einstehen, doch am Ende werden sie gerettet, während die Bösen umkommen. Henoch ließ sich nicht bei boshaften Menschen nieder. Er wohnte nicht in Sodom, um die Bürger von Sodom zu retten. Er lebte mit seiner Familie dort, wo die Atmosphäre so unverdorben wie möglich war. Ab und zu ging er zu den anderen Leuten und brachte ihnen die Botschaft, die Gott ihm aufgetragen hatte. Jeder Besuch in dieser anderen Welt war für ihn schmerzhaft. Er sah und begriff etwas vom Aussatz der Sünde. Nachdem er seine Botschaft verkündet hatte, nahm er jedes Mal einige Menschen, die die Warnungsbotschaft angenommen hatten, an seinen zurückgezogenen Wohnort mit. Einige von ihnen wurden durch Gott zu überwindern und starben, bevor die Flut kam. Doch andere hatten schon so lange unter dem verderblichen Einfluss der Sünde gelebt, dass sie Rechtschaffenheit nicht ertragen konnten. Sie bewahrten die Reinheit ihres Glaubens nicht, sondern fielen in ihre alten Gewohnheiten und Praktiken zurück. werden die strains vertr Narbel sondern das Hecht war. Untertitelung des ZDF, 2020